Moin, herzlich willkommen zum Newsletter Video 2 2016. Dieses Mal schnüren wir für euch ein rundum sorglos Saisonstartpaket. Also, für 20 Euro bekommt ihr einmal so einen schicken Body Bag, Sling Bag, Wet Bag. Dazu gibt's Wunderschaum, Protect and Shine, Break and Chain Cleaner von Fuchs, der Joker Universal Ölspray und drei Packungen Kettenspray, ein T-Shirt und das passt alles kaum hier rein, aber ich krieg's noch zu. Also, wenn das nicht mal ein ultimatives Saisonstartpaket ist, dann weiß ich auch nicht. Natürlich hier Vorführeffekt. Ihr seht's. Damit seid ihr wirklich für den Saisonstart 2016 perfekt gerüstet. Klickt den Link, taucht das Ding, 20 Euro plus Versand und das ist euers. Der Gesamtwarnwert ist übrigens knapp 50 Euro, also ihr spart über die Hälfte und dieses Zeug braucht jeder immer. Danke fürs Zugucken. Ein Retro-Shirt. Und, wie gesagt, drei Dosen. Dann. Scheiße. Der Geschenklinger. Joker. Kettenspray. Der Kettenspray. T-Shirt. Kettenspray. Und, wie gesagt, drei Dosen. Dann. Dann.